Musik So, ich sag erst mal guten Morgen Annika. Guten Morgen Andreas. Morgen Andreas. Guten Morgen Andreas. Auf Deutsch. We are so pleased to have you today. We love rollercoaster enthusiasts coming here to try out our coasters and to see our park. And that's a really good ride. Also, who's so called? He just bolted in the air and he said, this is not approved. He stopped with the Jetstar 2, with the brakes and everything. Yeah, I'm Marcus. Auch DJ Sonic. Und bin seit 14 Jahren bei OnRide. 12 Jahre. Wir waren heute in Gröner Lund. Haben heute Morgen eine wunderbare historische Erklärung und Nahebringung des Parks erlebt. Danach durften wir eine Stunde lang parallel auf Twister und Jetline fahren. Das war total super. Ansonsten ist der Park extrem schön. Heute ist richtig mächtig viel was los, weil gleich werden die Dropkick Murphys noch spielen. Und das Ganze für umsonst. Das nimmt man dort noch gerne mit. Einige freuen sich, einige zu Hause sind mächtig neidisch. Ja, wir genießen noch den Abend hier im Park. Hallo, mein Name ist Holger. Im Forum bin ich auch unter dem Namen BNU. Nett wirklich zu finden. Wir sind heute in Stockholm, in Gröner Lund. Schöne Sache, schöner Park. Auf wenig Platz, viel Achterbahn untergebracht. Tolle Sache eigentlich. Und morgen ging schon gut los. Kleine Einführung, historische Geschichte hier vom Park. Gut rübergebracht. Danach durfte man auch stundelang mit zwei Bahnen parallel fahren. Hat man auch nicht oft. Leider waren die Züge dann ziemlich leer. Aber schöne Sache. Highlight, eigentlich das Ganze hier. Also ich finde es wirklich toll, so ein schöner Park. Kleiner Raum, Mitte in der Stadt. Und trotzdem so viele Counts oder Bahnen und Attraktionen hier unterzubringen. Toll. Hey, hey. Was stimmt mit denen hier nicht? Können die keine Türen bauen, die hoch genug sind für mich? Also warte, warte, warte. Ein Stück, ein Stück. Oh Gott! Oh Gott! Was ist das denn? Ich bin glücklich. Oh Gott, genau! Kann ich mir hier Party nicht soźir haben? Fokus militar. Vielen Dank.